Das heißt, nicht so oft irgendwo anecken. Seht ihr, Leute? Ja, ja, ja. Da werden wir uns mal dorthin begeben. Hans-Vladimir steht schon. Ich glaube, der stand die ganze Zeit da und hat nichts gemacht. Außer nur beobachtet. Ey, nicht so schnell. Bist du denn des Wahnsinns? Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen den Autobahnpolizeisimulator 2. Ist heute rausgekommen. Ganz frisch habe ich mir direkt geholt. Ich weiß, dieser Simulator hat nicht sehr viel positives Feedback bekommen. Ähm, ja gut, aber ich spiele super gerne solche Simulatoren. Und, ja, es freut mich, ein Simulator mehr auf der PS4 zu haben, den ich ausprobieren kann. Ich liebe ja solche Spiele. Da kann man viel Schabernack betreiben. Ähm, aber wir spielen einfach mal drauf los. Ich möchte gar nicht viel quasseln. Wir beginnen ein neues Spiel. So, wir sind in der Charakterauswahl. Ähm, so wie ich sehe, haben wir hier nur drei, äh, Vorlagen. Ähm, ich würde sagen, äh, wir entscheiden uns für den lässigen Typ hier unten. Weil die anderen beiden sagen mir nicht so zu. Anderes haben wir nicht. Wir, äh, wir können hier zwar noch eine Frau wählen, aber, ähm, eine Frau sind wir ja nicht. Beziehungsweise ich nicht. Deswegen nehme ich diesen Typen hier. So, wir spielen die Einführung. Ist empfohlen, ja, wie in jedem Spiel. Äh, Grundlagen laufen. Nutze L, um zu laufen und R, um dich umzusehen. Mit R2 kannst du rennen. Drücke X, um mit anderen Personen oder Gegenstände zu interagieren. Ähm, werden wir mal schauen hier. Melde dich am Empfang an. So, dann werden wir uns mal, äh, beim Empfang melden. Siehst du, der hat hier ein schwarzes Brett oder so. Ja, äh, Leute, hier gibt es Waschmaschinen zu verkaufen. Trockner oder so auch noch. Äh, vermisste Personen wahrscheinlich. Na, wir melden uns hier mal, äh, bei dem Fregel hier. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erst mal mit dem Fußvolk Vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Boah, der ist ja richtig freundlich, der Herr. Da reagieren wir mal energisch drauf, natürlich. Ich bin ein neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weißt du eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay, okay, okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Oh, so freundlich wie der Quatsch sieht ja auch aus. Ähm, ja, wir müssen mit Roland Becker sprechen. Roland Becker ist unser, äh, Chef. Ähm, bei dem werden wir mal reinschauen. Oh, hier können wir auch schnell laufen. Das ist schon mal ganz gut. Also, die ganze Zeit, äh, rumzugehen, ist mir auch ein bisschen zu blöd. Das dauert viel zu lang. Moin, Chefen! Ja, wenn er unten mich nicht aufgehalten hätte und so blöde, äh, gewesen wäre, dann, ähm... Wollen wir ehrlich sein? Wir sind ehrlich. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut. Merken Sie sich für die Zukunft? Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht in Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun, willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Klar werde ich mich vorstellen. Bei der Frau Roth. Nicht schwarz. Wo ist denn die Frau Roth hier? Oh, die ist hier direkt nebenan. Moinsen! Oh. Hallo. Und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ja. Wollen wir mal zurückhaltend wirken oder eher energisch? Denk mal, wir halten uns mal zurückhaltend. Ach so. Dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist eben so. Er ist zwar streng und manchmal laut, aber er meint es gut. Außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht bekomme. Keine Bange. Davon gibt es hier noch mehr. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. Ja. Ähm. Hatst du wohl recht. Ich möchte nicht die ganze Zeit hier rumquatschen. Ähm. Sondern auch mal Action sehen. Oh, wir müssen unsere Uniform anziehen. Dann gehen wir doch glatt mal nach unten. Ja, ähm. Leute, die PS4-Version ist ja jetzt am 20. jetzt erschienen. Und die PC-Version, die gibt es schon länger. Ich glaube, einige Jahre. Ich weiß nicht. Zwei Jahre sind es auf jeden Fall. Wo es die, äh, Version schon gibt. Ähm. So sieht's auch, äh, dementsprechend natürlich noch aus. Ui. Da haben wir eine Polizei-Uniform. Fehlt nur noch der Helm oder Mütze. Mützen tragen die, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Früher haben die, glaube ich, noch Mützen getragen. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Oh. Er ist einer von der schnellen Sorte, wa? Nenn dich jetzt Hans Wladimir. Äh, Hans Wladimir. Kommen Sie mit. Ich weiß den Weg. Oh, Leute. Da steht unser, äh, Rennsemmel. Ein BMW. Gucken, ob der auch so schnell ist. Oh. Sieht ja schon schick aus. Aber BMW steht da jetzt, glaube ich, nicht drauf. Da steht irgendwie so ein X oder sowas. Ähm. Hat der denn wenigstens Leder-Ausstattung hier? Oh. Sieht wie Leder aus. Ähm. Grundlagen fangen. Um zu bremsen oder rückwärts zu fahren, drücke L2. Um zur Beschleunigung R2. Blaulicht. Da, da, da. Sirene. Jawohl. Kann man loslegen. Verursachst du Unfälle durch rücksichtsloses oder unkontrolliertes Fahren erhöht sich der Chaosfaktor. Erreicht er 100% wird dein aktueller Einsatz abgebrochen und beim letzten Speicherpunkt neu gestartet. Ja. Prima. Also das heißt, äh, nicht so oft irgendwo anecken, irgendwie reinfahren. Prima. Ich hab schon, äh, in einer schönen, äh, Fahrt gerechnet hier. Wo man nicht so auf die, äh, Verkehrsregeln achten muss. Weil wir sind ja die Polizei. Ne, die können ja auch, äh, einfach mal so wie jetzt, ähm, schön das Blaulicht anmachen und einfach drauf losfahren. Das ist schon geil. So. Gucken wir mal, ob wir den, äh, Zielort ohne irgendwelchen Stress erreichen. Seht ihr, Leute? Ja, 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 ja. Also die Steuerung ist ein bisschen hagelig, die Auffahrten sind auch ein bisschen eng. Ähm. Ja, sehr schön. Aber wir müssen uns erst mal hier einfinden, in das Game. Gleich sind wir da. Ich hab doch jetzt gar nichts berührt. So, da sind wir auch schon. Ziemlich zügig am, äh, Wertausstieg ist blockiert. Kommst du da nicht raus, Hans? Da fahren wir mal ein Stückchen zurück. Ui. Ihr seht schon, äh, das Spiel hat noch einige Fehler. So, Madame, da sind wir, da ist die Polente. Hallo. Alter Schwede. Sind die alle so freundlich in dem Spiel hier? Kann doch nie wahr sein, ne? Da sind 100, 150 Meter. Ich lauf da mal hinten hin zum Nagelbrett. Mal gucken. Von der zügigen Sorte ist der aber auch nicht, den wir hier gerade spielen, ne? Der rennt ja, als hätten wir einen Stock im Arsch. Oder das Nagelbrett. Warte mal. So. Da, mal geguckt euch das an. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Ja, haben wir doch schon. Ja, haben wir doch schon entfernt. Oh, Mission abgeschlossen, Leute. Die erste Ausfahrt haben wir vollständig geschafft. Willkommen bei der Polizei 2. Das heißt, ähm, kriegen in der Wache neue Aufträge. Und, ähm, nun ja. Ja, wenn wir uns mal dorthin begeben. Hans-Vladimir steht schon. Ich glaub, der stand die ganze Zeit da und hat nichts gemacht. Außer nur beobachtet. So. Normalerweise sollte ich den stehen lassen. So. Ich geh mit Vollgas zurück. Wenn wir das überhaupt, äh, zurück zur Wache schaffen. Ich mein Fast, die wir gerne dann, ähm, Da fängt das schon an. Frage mich. Was ist denn jetzt da los hier? Komm. Scheiße. Bin ich direkt vor das Schild gefahren auch noch hier. Guck mal die Sirene aus hier. Ein bisschen zu laut. So. Wie gesagt, Leute, schreibt's mir in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Game? Ähm. Nice oder nicht nice? Mal gucken, wie viel, ähm, wir drauf haben. Mit dem, was mehr als 220 geht nicht? Was dat denn? Können die nicht schneller als 220 fahren? Oh. Ich hab, äh, im Ladebildschirm gelesen, dass man die Fahrzeuge noch upgraden kann. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier an der Leitplanke entlang geratscht. Oh, wir haben eine Schnellreisestation. Wir fahren über Rot. Wir dürfen das. Wir sind die Polente. Äh, jeden dieser Orte kannst du überall die Karte im Pausenmenü erreichen. Ah, Schnellreisestationen. Diese sind überall in der Welt verteilt. Da frage ich mich, äh, wie groß die Welt hier ist. Bin ich mal gespannt. Wir haben einen Auffahrunfall mit zwei Pkw. Ja, ich muss jetzt erst mal raus hier zum Chef. Geh zu deinem Arbeitsplatz. Oder muss ich doch wohl nicht zum Chef? Erst zu meinem Arbeitsplatz. Mal gucken, wo der ist hier. Mal gespannt. Sehen wir wieder. Moin, Leute. Steht ihr immer noch da hinten? Kann doch nicht wahr sein. Die haben sich nicht verändert. Die, äh, sind an den gleichen Stellen, äh, wie vorhin auch. Hier kannst du deine verdienten Einflusspunkte ausgeben. Jede dieser Erweiterungen bringen dir unterschiedliche Vorteile, die sich auf deine Fahrzeuge, die Polizeiwache oder persönliche Eigenschaften auswirken. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Damit kann das vor dir, äh, fahrende Fahrzeug gemessen werden. Boah. Leute, guckt euch an. Garage. Wir können Einsatzfahrzeug, können wir upgraden. Plus 10 Geschwindigkeit. Handling, äh, erhöht sich auch. Aber je mehr, äh, wir Leistungsupgrade machen, umso weniger kriegen wir. Für mehr Geld. Das ist, ähm, das ist, ähm, sehr komisch. Zivilfahrzeug. Schalte das Zivilfahrzeug in der Garage frei. Ja, und für das Zivilfahrzeug kriegen wir natürlich auch, äh, Äh, ein paar Upgrades sehe ich gerade. Ein Sicherungswagen. Ja, mit so einem Sicherungswagen würde ich auch gerne noch fahren. Mobiler Blitzer. Können wir wahrscheinlich aufstellen. Bodenhaftung. Ah, Verkehrssystem. Ich glaube, das müssen wir kaufen. Das leuchtet hier irgendwie. Äh, Durch Aktivierung dieser Fähigkeit werden wichtige Gegenstände oder Fahrzeuge farblich hervorgehoben. Hm, können wir alles... Nein, wir können schneller laufen. Das trifft sich gut. Weil ich laufe nämlich echt wie so eine kleine Ameise da. Der Autobahn vorhin. Eine Kaffeemaschine. Die ist ganz besonders wichtig, weil, äh, ich liebe Kaffee. Und ich könnte niemals ohne die müssen wir uns als nächstes kaufen. 750. Helikopter Landeplatz. Sprechungsraum. Ja, okay, ich glaube, das war's. Wir müssen, äh, was haben wir denn für Missionen? Wechsel zur Nachtschicht. Okay. Ah, benutzen wir mal. Die Tageszeiten. Hier kannst du die Tageszeiten der Welt ändern, indem du zur jeweiligen Schicht springst. Da die Wache nicht zu jeder Tageszeit voll besetzt ist, kann das durchaus sinnvoll sein. Ja, das klingt plausibel. Ähm, kriegen wir mal die Nachtschicht an hier. Wasserspender können wir nicht benutzen, ist nur zur Deko da. Ach so, wir müssen in unseren Einsatzwagen steigen. Wahrscheinlich müssen wir unsere, äh, unser mobiles Messgerät ausprobieren. Das werden wir mal sofort tun. Hans-Fladimir ist bestimmt auch wieder am Start. Ja, er steht da oder ist die ganze Zeit stehen geblieben. Aber wird dir nicht langsam langweilig da? Das Spiel ist so geil. Ne, ernsthaft, ähm, macht schon Spaß irgendwo, aber, ähm, man muss sich erstmal hier zurechtfinden. Und, ähm, es gibt ein paar Mankos auf jeden Fall bei dem Game. Aber, ähm, es macht wirklich Spaß. Ich hoffe, es macht auch noch weiter Spaß, äh, später, wenn man, ein paar Stündchen gespielt hat. So, wollen wir jetzt einfach auf die, äh, Autobahn drauf fahren? Wir fahren einfach mal auf die Autobahn drauf hier. So. Dann, äh, filmen wir gleich mal eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ich bin satt. Ach, hier vorne, genau. Das ist ja nur der Zielort erreicht, ne? Fahrzeugaktionsmenü. Drücke L1, um das Fahrzeugaktionsmenü zu öffnen. Hier kannst du während der Fahrt die Polizeimatrix, ähm, so wie Geschwindigkeits- und Abstandsmessung aktivieren. Mh, die Polizeimatrix. Mit der Polizeimatrix kannst du den Verkehr beeinflussen. Mit Bitte anhalten, bla 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 bla, wo man eine Verkehrsform, ja. Kriegen wir schon hin, um die Geschwindigkeit und Abstand zu messen. Ich bin ja nur am Lesen hier in dem Spiel. Leute, links siehst du, äh, wie viel Prozent der Messung abgeschlossen ist. Ja, das kriegen wir auch schon hin. Gut, ist jetzt so ein Leitfaden hier, ist klar. Und das werden wir, glaub ich, äh, auch so hinkriegen. Mal schauen hier. Und das war hier mal, äh, mit dem so eine Geschwindigkeitsmessung machen. Oh, wir fahren ja sogar schneller als der. Oh, das ist gar nicht so einfach, hier mit dran zu bleiben. So, jetzt klappt es. Du brauchst nicht bremsen, nur weil ich hinter dir bin. Die Polizei. Oh, da oben links seht ihr die Prozentzahl, ähm, was ausgemessen wurde von den Daten her. Aber ich glaub, der fährt, äh, ähm, einem akzeptablen Rahmen für eine allgemeine Verkessung. Ja, da werden wir mal direkt machen. So, ähm, muss ich Signale setzen, ne? was war das? Ähm, bitte anhalten. So, mein Freund. Kannst du mal direkt anhalten? Jawohl. Ey, nicht so schnell. Bist du denn des Wahnsinns? Wie kann das nicht sein, ey? Jetzt halbst du stehen. Dann bremst er mich voll aus hier. So. Glaub, du spinnst wohl, wa? Haben wir gesoffen oder Alkohol? Äh, gesoffen oder Alkohol. Drogen oder Alkohol, ne? Einführung Verkehrskontrolle. Ja, 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 komm. Ich will. Aufgabe meiner Verkehrskontrolle ist Papier, Alkohol und Drogenkontrolle. Innenraum und Kofferraumkontrolle. Dialog mit dem Fahrer. Anzeichen lassen, darauf schließen, welche Aktionen durchgeführt werden sollten. Handelst du willkürlich, wird sich das negativ im Abschlussbericht zeigen. Ja, äh, ähm, willkürlich kann ich nicht. Hallo. So. Haben wir gesoffen oder Drogen im Blut? Dann werden wir mal gucken hier. Ähm, ähm, erst mal Grund für anhalten. Ähm, kleiner Abstand zum Vordermann. Hast mich fast ausgebremst. Drogen und Alkohol. Ähm, haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, natürlich nicht. Wofür halten Sie mich? Ja, wofür halte ich dich? Äh, bewege den Stift mittels längs von, äh, L von links nach rechts. Beobachte den Fahrer dabei genau. Sind die Augen gerötet? Kann der Kopf nicht stillgehalten werden? Wähle danach die passende Antwort und entscheide, ob ein Drogenschnelltest gemacht wird. Okay. Dann, werden wir mal gucken. Ja, ähm, diese Person ist zwar offensichtlich übermüdet, aber nicht auf Drogen. Eine korrekte Diagnose. Da sind wir mal gut. Ähm, was ist denn jetzt mit Alkohol? Äh, Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich fahre immer nur nüchtern. Ähm, ob ich das glauben kann? Ich weiß nicht. Ich glaub dem das mal. Ähm, wir prüfen seine Dokumente. Äh, Führer und Fahrzeugschein. Zeigen Sie mir bitte, Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schau sie mir direkt mal an. Mhm. Durch die Papierkontrolle ermittelst du, ob Fahrer, Fahrzeugpapier und das Fahrzeug übereinstimmen. Du solltest nun überprüfen, was nicht zusammenpasst. Dazu selektierst du die beiden Elemente, die du prüfen möchtest. Eine weiße Linie zeigt dir, dass alles korrekt ist. Ähm, blablabla. Okay, wir prüfen mal. Maja Sebastian, ähm, der Name, äh, Name. Der ist korrekt, ist klar. Ähm, hier müssen wir gucken, weil das steht nicht im Ausweis drin. Ähm, Fahrzeugklasse. Fahrzeugklasse, wo steht die? Ähm, Modell, ja hier, Fahrzeugklasse. Ja, Fahr, Fahrerlaubnis, okay. Modell, Modell, ähm, ah, stimmt, hier kann man die Ansicht wechseln. Ähm, Nummernschild stimmt auch. Das ist auch richtig, ähm, sehr gut. Ja, so, Nummernschild ist okay. Modell, Marke ist auch in Ordnung. Und jetzt gucken wir mal, äh, der Ablaufdatum vom TÜV, mein Freund. Äh? Ach so, hier oben. Okay, der TÜV ist auch noch in Ordnung. Hm. Ja, dann haben wir das alles erledigt. Und das Passbild, das stimmt natürlich auch. Ist gar keine Frage. Du bist auch richtig. So, in Ordnung. Haben wir jetzt alles, äh, fertig hier, oder müssen wir noch was prüfen? Glaube nicht, ne? Wir sind durch. Da können wir den, äh, eigentlich, ähm, in Gewahrsam nehmen. Ne, weiterfahren, erlauben. Und geht, ach, erste Hilfe, Kasten, ja, Leute, ein von zwei Verstößen erkannt, fälschlicherweise einen Drogentest veranlasst. Ja, es wurde fälschlicherweise nichts unternommen. Hm. Einführung beendet. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Einführung beendet. Du kannst jetzt entweder die Welt erkunden und im freien Spiel Aufträge annehmen oder den Story-Modus beginnen. Ähm, fahr dafür zurück zur Wache und sprich mit deinem Chef Roland Becker, der einen wichtigen Auftrag für dich hat. Ja, Leute, dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge, ähm, wenn es richtig losgeht, im Let's Play wieder. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, gebt das Däumchen hoch, abonniert mich, aktiviert die Glocke und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Tschau, tschüss.